Und zum phoenix nachgefragt erreichen wir in Berlin Ann-Kathrin Müller, Politikredakteurin beim Spiegel. Grüße in die Hauptstadt, Frau Müller. Hallo. Frau Müller, wir haben jetzt sozusagen, oder Sie haben den Luxus, dass wir ein bisschen auf die Haltungsnoten schauen können, rund um diese Thematik Haushaltskrise, also das Agieren dieser Ampelkoalition seit dem 15. November immerhin. Da kam der Spruch aus Karlsruhe. Was wir jetzt erleben, ist sozusagen kurz vor Tore Schluss, dass die Taktung der Gespräche sich etwas verschärft und dass man im Grunde genommen immer noch mehr Differenz als Konsens hier bieten kann. Was sagt uns das über den Zustand dieser Koalition? Ja, leider nicht viel Gutes. Also ich hätte auch erwartet, dass man sich tatsächlich etwas schneller einigt, beziehungsweise dann halt so lange durchtagt, bis es dann gelöst ist. Es gibt natürlich auch internationale Verpflichtungen, die auch sehr wichtig sind. Tatsächlich hätte man auch gedacht, dass, Sie haben es angesprochen, ist ja schon ein paar Tage her, dass es vielleicht mal nochmal eine andere Form der Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger gibt, dass es vielleicht auch eine Entschuldigung gibt, dass es jetzt noch mehr Verunsicherung in einer Lage gibt, die eh schon sehr verunsichernd ist. Und das ist schade, dass es dazu nicht gekommen ist. Sie sagen schon im Grunde genommen, kommunikativ hätte da Verschiedenes besser laufen können. Wenn man sich die einzelnen Akteure anschaut, Sie haben auch mehr oder weniger angedeutet, manche hatten erwartet, es gibt mal sozusagen eine Ansprache eines Kanzlers sozusagen an die Bevölkerung, zu sagen, wir kriegen das hin. Würde das jetzt noch irgendeine Wirkung zeigen, wenn man so etwas nachschiebt? Das ist immer gut. Also da ist kein Zeitpunkt zu spät. Man kann auch sagen, wenn man dann eine Lösung hat, will man das präsentieren. Man kann aber schon auch sagen, dass die Regierungserklärung der vergangene Woche einfach etwas verschenkt war und es andere Zeiten gab, in denen man dann schon eher zur Bevölkerung gesprochen hat. Und jetzt wäre es dann durchaus angebracht. Denn die Zeiten sind ja so, dass mit Inflation und den Preissteigerungen irgendwie die Menschen tatsächlich auch selber sehr viel mehr auf den Geldbeutel achten müssen. Und dann ist es irgendwie wichtig zu hören, dass die Regierung die Zukunft aber nicht aufgibt. Die einzelnen Akteure sind im Grunde genommen jetzt in der Gewichtung der Thematik, die sie neu austarieren müssen. Zum Beispiel der Vizekanzler und Wirtschaftsminister, der wäre ganz gern am Montagabend zur COP28 nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen. Das bringt uns zur Klimakonferenz und zu Deutschlands, man muss jetzt vielleicht schon sagen, ehemaliger Rolle als Vorreiter. Wie würden Sie das bewerten? So ganz so schwarz würde ich es, glaube ich, nicht sehen. Es ist schon so, dass die Gelder, die ohnehin schon im Gespräch waren, tatsächlich schon abgesichert sind. Das heißt, bei den internationalen Projekten ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, gar nicht so das Problem. Es geht da eher um die sozusagen innerdeutschen Klimaschutzmaßnahmen, wo jetzt das Geld noch abgesichert werden muss. Und die deutsche Rolle hat sich ja schon jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten so etabliert, dass man da schon drauf noch setzen kann. Die Frage ist halt, man kann nicht mehr so viel werben mit neuem Geld. Das ist schon so. Aber im Vergleich zu dem, wie es sein könnte, ist es, glaube ich, noch ganz okay. Und es hat auch ein bisschen gebraucht, bis Olaf Scholz von seiner G7-Präsidentschaft Klimaclub aufgerufen, bis zu den 36 jetzt hier in Dubai gekommen ist. Also da ist schon noch ein bisschen ein Tempofaktor möglich. Auf jeden Fall. Und dass das jetzt überhaupt dann erst mal ins Rollen kommt, ist ja auch ein positives Signal und dass sich da verschiedene Länder und eben die EU zusammentun. Ja. Das ist schon ganz gut. Ja. Frau Müller, wir alle haben so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr hat schon sehr viel geboten und so ein bisschen der Akku geht langsam zu Ende. Deswegen haben viele die Adventszeit, die Vorwarnnachtszeit ein bisschen herbeigesehnt. Allerdings hat das auch in Deutschland, gerade wenn man auf Weihnachtsmärkte schaut, doch jetzt noch mal seit 2016 einen besonderen Klang, seit Breitscheidplatz. Wie hat sich unser Sicherheitsempfinden verändert? Wir haben ja einige Nachrichten in der letzten Woche dazu aufgefangen. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie Leute darauf reagieren. Also natürlich gibt es grundsätzlich da eine Gefahr. Es ist auch so, dass der Naustkonflikt hier natürlich noch mal bestimmte Stimmungen in bestimmten Gruppen sozusagen verschärft hat. Insgesamt ist deswegen die Bedrohungslage dann auch hoch, aber sie ist jetzt nicht sozusagen so außergewöhnlich, dass man das Gefühl hat, die Weihnachtsmärkte seien leer, was auch gut ist. Und man muss, glaube ich, diese Warnungen sozusagen so einschätzen, dass es eben eine andere Qualität hat, als jetzt vielleicht noch letztes Jahr, aber eben man auch nicht auf dem Level sozusagen von 2015, 2016 ist. Vielleicht noch Schlussfrage. Bei unseren Nachbarn in Frankreich gilt die höchste Terrorwarnstufe. Dennoch ein sehr trauriger Vorfall am Wochenende in Paris. Ein deutscher Tourist, der erstochen wurde. Jetzt noch einmal zurück zu dem, was Sie auch gerade formuliert haben. Wir hatten letzte Woche Bundesamt für Verfassungsschutz mit der Warnung vor einer erhöhten Terrorgefahr. Sind wir insgesamt sensibler geworden? Ihre Einschätzung, Sie begleiten das Thema schon viele Jahre. Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Thema eine größere Rolle spielt und auch damit die Leute sensibilisierter sind. Wenn man jetzt den Fall in Frankreich guckt, da gibt es dann direkt wieder eine politische Diskussion, ob man eben Pflicht, psychologische Beratung oder Betreuung sozusagen einführen kann, auch gegen den Willen des Betroffenen sozusagen. Da muss man sich dann, glaube ich, einmal etwas pausieren und überlegen, wie sinnvoll ist das überhaupt und kann psychologische Beratung überhaupt all das leisten, was man sich wünschen würde. Aber genau, also ich bin da so ein bisschen gegen zu schnelle Aktionen, aber nicht dagegen, dass man was tut und vor allen Dingen gar nicht gegen Prävention. Das ist sehr wichtig und da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert hier. Also wachsam bleiben. Das ist noch das Plädoyer von Ann-Kathrin Müller, Politikredakteurin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel hier im Phoenix nachgefragt. Ich danke herzlich für Ihre Einschätzung. Tag nach Berlin. Grüße. Danke.